Moin Marlon. Na? Was geht? Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Teil 1 wahrscheinlich Bikesport on Tour. Wir gehen auf den Weg in Richtung Dresden. Gerade losgefahren ist es 7 Uhr 27. Wir haben knapp 3 Stunden Fahrt vor uns. Wir sind jetzt am ersten Spot. Da unten sitzt jemand. Den kennt ihr schon. Leider ziemlich krank. Wir sind hier an einem Secret Spot bei Leo in der Nähe. Hat uns hierher geführt. Wir sind den ganzen Tag gefahren, aber irgendwie hatten wir überhaupt nichts zu filmen, weil es einfach so Spaß gemacht hat mit allen Leuten zu fahren. Es war übelst viel los hier. Hat mega, mega Spaß gemacht. Wir fahren jetzt mal noch ein, zwei Runden schnell durch. Marlon kann ja mal in der Zeit, der ich hoch schiebe, den Startraum, mal einen kleinen Overview geben, was hier so los ist. Wink mal Leo. Wink mal Leo. Das war die kleine Line. Jamie fährt vor, ich folge unauffällig. Dann geht's los. Oh, man! Gegenverkehr, Gegenverkehr, Gegenverkehr! Also der Plan ist jetzt, wir machen jetzt mal diesen Double da, dann machen wir da noch diesen Holzsprung und dann machen wir hier noch ein, zwei Missionen aus dem Flyout. Wir sind auch noch eine Gang. Es sind schon viele Leute weggegangen oder einige. Wir fahren hier, das war richtig krass, hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt geht's ab auf den Startturm und dann fahren wir den Double. Gang, Gang. Die Boys kraxeln gerade alle den Startturm hoch. Ich glaube tatsächlich sogar, dass der Startturm das sketchieste von allen ist. Habt ihr noch eine Variante? Ich muss mich nur irgendwie drehen. Ich glaube, es wird eng. Oh, sorry. Jetzt heizen wir da den Double. Marlon steht schon da hinten bereit. Dann heizen wir mal hier runter. Ich glaube, jetzt geht's los. Ja, es geht los. corner. Ja, ja, ja. mega trainen alle leute huge trainet schau mal wer gerade aufs fahrrad gestiegen ist leo mal 1-2 runden leider heute krank gespielt nein krank gespielt nicht ich glaube auf der kamera sieht man es nicht aber das Auge ist ultra dick und rot aber fährst du mal eine runde mit oder machst du irgendwie okay fährst du mal alleine huge oh no diga einfach den fuß verloren oh jo nice marlon ist ready to drop in von ein einfach den heuchten den heuchten jo oi und last one ja als nächstes wir mal da zu diesem erdabsprung wo leo gerade reingedroppt ist da gehen nämlich gute tricks da machen wir jetzt einmal mal noch ein zwei tricks sehr schön und ich würde sagen ich würde sagen wir fangen mal ganz locker jetzt an sehr gut nein 360s helfe 360 nein irgendwas sehr gut sehr gut naja nehmen wir ja es ist schön sehr spät und es macht sehr spaß ganz chillig ja natürlich beim herr leo zu hause hallo marlon hallo sehr chillig ja wir befinden uns heute am spot nummer zwei in elstra am pump track genau kannst du mal rumschenken wir sind heute seelen allein hier es regnet auch hin und wieder mal du kannst ja mal dahinter filmen man sieht das ist mal eine schöne aussicht und dann da hinten überall Regenwolken es nieselt auch leicht direkt hier oben ist auch noch ein bike park da gibt es glaube ich von Lukas Knapp ein Video ja er ist der Black Mountain Bike Park genau das verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung falls ihr den Bike Park hier mal sehen wollt sieht sehr geil aus wir sind mal hier hochgefahren in die Straße fälschlicherweise um mit dem Pump track zu suchen sieht sehr geil aus wir fahren einfach mal 2-2 Runden und mehr machen wir dann auch nicht weil hier gibt es ewig viel ja genau fahren wir mal alle nur am Handy ne das stimmt gar nicht natürlich ne wir fahren jetzt wieder es geht jetzt los es geht jetzt los Marlon macht Insta-Story folgt Marlon mal auf Instagram ist verlinkt ich folge Leo Standort ich hab jetzt noch ne kleine Mission hier und zwar von da hinten abfahren und hier einmal ringsrum Manuel Leo hält sich jetzt mal mit der Kamera drauf Marlon macht nämlich mal noch Insta-Story er zählt er zählt wir fahren jetzt mal eine Runde mit dem Chelsea das war's von der Session hier aus dem Pump track mega cooler Pump track war eine schöne Beschäftigung ja damit sehen wir uns morgen wieder im Park Nummer 3 Double Vlogging das ist illegal so ein Ding ist das so ein Ding ist das so muss das wir sind wieder am Secret Spot es hatte vorhin geregnet aber wir haben das Beste draus gemacht und dann geht es auch direkt los mit diesem Sprung hier mit dem Holzkicker ich mach einfach direkt ein 360 dann hab ich ihn weg so dann machen wir ein 360 ich bin sehr aufgeregt wenn ich ehrlich bin 3 2 1 los auf los geht los oh mein Gott oh ist der scary immer wieder aber sehr geil NEXT ONE das war kein Physiksen Junge endlich aber jetzt versuch das nochmal schön einmal so richtig schön smooth das muss ich mal nerven nice ja da fehlt noch ein Stück aber Leute ich kann euch versichern vorhin wo wir hier waren hat Leo schon richtig richtig schöne Physikses gemacht die auch rum waren dann kam der Regen Pause gewesen und seitdem ist er auch wieder dran also Leo ist halt wirklich den ganzen Tag keine Ahnung wie sind sie hier 5-6 Stunden komplett konstant am Physikski üben freut mich dass er ihn geschafft hat ich würde lügen wenn ich sagen würde der war schön aber als Abschluss macht Marlon jetzt nochmal einen schönen 360 sehr schön und mit dem schönen 360 von Marlon war es das von dem Spot ich zeig ihn euch nochmal hat mega mega Spaß gemacht wir sind leider da hinten die Sprünge nicht gefahren hier seht ihr nochmal alle Jungs die mit am Start waren heute in der Session hat mega Spaß gemacht wie gesagt checkt ihn ab ist in der Videobeschreibung verlinkt damit ist das Video vorbei wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen abonnieren gerne auch ist kostenlos haut rein viel Spaß beim Biken ich bin damit erstmal raus Ahoi Junge